Musik Zu einem Promi-Geflüster in Kempten beim Graub-Reader Blasmusik. Da haben wir heute den Walter Scholz auch getroffen. Er war in der Jury mit dabei beim großen Graub-Reader Blasmusik. Erst einmal herzlich willkommen und noch einen schönen guten Abend dir. Guten Abend lieber Frank, danke. Dir geht es soweit ganz gut, wie ich sehe. Du bist voll Elan und hast aber dieses Jahr im Frühjahr einen runden Geburtstag gehabt. Das darf man ruhig sagen nochmal, gell? Ja, viele Künstler waren ja jünger, aber ich stehe dazu. Ich war am 15. April dieses Jahres, war ich 80 Jahre alt und noch fit. Alle Zähne noch und ich freue mich auf einen guten Ansatz vor allen Dingen noch. Also es gibt kein Problem, ich mache nach wie vor meine Solo-Auftritte. Das ist ja die Hauptsache, dass es wirklich da auch noch ganz gut geht. Und es ist auch schon wieder eine neue CD in Planung, so wie ich es schon von deiner Frau erfahren habe. Ja, ich habe eine ganz neue CD aufgenommen und vor einigen Monaten habe ich durch unseren Sohn Alexander, der hat gesagt, sprich doch mal über das Internet und beziehe deine Zuhörer, deine Fans mit in ein, in die Programm zusammengestellten für meine neue CD. Und siehe da, das Echo war so groß. Also ich kann sagen, 2.000, 3.000 haben sich gemeldet. Von der ganzen Welt waren natürlich auch viele dabei, die ihre Komposition an den Mann bringen wollten, aber das wollten wir nicht. Wir wollten, dass die Zuschauer, die Zuhörer, meine Fans sagen, nimm doch mal das auf oder das Stück oder das Stück. Und wir haben gestaunt, was die Leute gewünscht haben. Das war unglaublich. Und so habe ich meine CD aufgebaut. Sehr gut. Also ein reines Wunschkonzert, kann man sagen, sozusagen. Ja, genauso. Für meine Fans, für meine langjährigen Fans, ein Dankeschön an meine lieben Freunde. So, jetzt kommen wir mal zum Grand Prix der Blasmusik. Erstens mal, wie findest du diese Veranstaltung oder dass es so einen Wettbewerb gibt? Das wird allerhöchste Eisenbahn, allerhöchste Zeit. Ich fand diesen Wettbewerb als Fachmann grandios. Also es waren ja vier Orchester dabei. Aus der Schweiz, aus Österreich, Deutschland und aus Südtirol. Und vor allen Dingen eine enorme Leistung von jedem Orchester. Also man kann wirklich den Hut ziehen, was heute für eine Spitzenleistung auf der Bühne gebracht wird. Und vor allen Dingen live. Und ich muss sagen, es war nicht einfach zu entscheiden. Aber alle vier Juroren waren sich darüber einig, dass South Brass aus Südtirol die Nummer eins wird. Ja, also, oder South Brass, wie es sich ja auf Englisch richtig ausgesprochen hat, ist ja so ein bisschen neumodischer Name. Das ist ganz klar. Nicht Michael Mayer und seine Blasmusikfreunde, die waren auch dabei. Wie Huspa aus der Schweiz oder Alpenwind, das ist natürlich ein Name, der ist viel einfacher auszusprechen. Das ist ganz klar. Was hat es wirklich ausgemacht? Was war das Zünglein an der Waage, dass South Brass jetzt von den Juroren auf Platz eins gewählt wurde? Ich will sagen, die South Brass war das Tolle. Alles ganz junge Leute. Und die waren mit einer Begeisterung dabei. Und nicht Begeisterung, sondern auch einem enormen Können. Also wir haben zum Beispiel die beiden Trompeter, die als Solisten gespielt haben, die Tenörhorner. Es gibt keinen schwachen Punkt in dieser Band. Also ich kann ihnen nur das Allerbeste wünschen. Und ich glaube, die machen einen ganz großen Weg. Ja, also was natürlich immer wieder fehlt, das sieht man immer wieder. Leider Gottes, die Medien, was die Volksmusik angeht, wird natürlich immer, immer weniger. Da muss man schon wieder ein bisschen, sage ich mal, für Nachwuchs sorgen. Und vor allen Dingen auch für Auftrittsmöglichkeiten. Ja, ganz genau. Vor allen Dingen, es wird ja allerhöchste Zeit, dass die Medien, ob in den Zeitschriften, Zeitungen oder auch an den Rundfunk- und Fernsehanstalten, ich war ja selbst 36 Jahre Solotrompet an einer Rundfunk- und Fernsehanstalt beim SWR. Und die kapieren es einfach nicht, dass hier Leistung gebracht wird und keine Steckdosenmusik. Und das muss man einfach fördern. Ich habe ja schon bei meinem 80. Geburtstag viele Interviews auch fürs Ausland. Und ich habe immer gesagt, in Deutschland hat man der Blasmusik den Leuten, die wirklich noch auf der Bühne live spielen können, den Garaus gemacht. Da bleibe ich auch dabei. Und mein ganz großer Wunsch in meinem hohen Alter ist, dass das aufhört und dass man endlich mal wieder die Blas- und die Solo-Instrumente, dass man die anerkennt. Und wie schwierig das ist, dass die Leute stundenlang üben müssen. Ich tue in 80 Jahren zwischen drei und fünf Stunden jeden Tag üben. Also die haben alle keine Ahnung, was dazu gehört, hier live zu spielen. Und das war heute wirklich, kann man sagen, also eine Offenbarung aller Orchester, allen Orchestern ein ganz großes Lob. Einer kann natürlich nur gewinnen. Wir waren es alle, vier Juroren waren wir uns einig. Das Saus Press, also die Nummer eins war. Und man muss auch mal verlieren können. Definitiv, definitiv, ganz klar, ganz klar. Du hast ja auch in der Vergangenheit ja auch beim Grand Prix der Volksmusik damals noch teilgenommen, mit der Sehnsuchtsmelodie damals, oder? Nein, mit der Sehnsuchtsmelodie. Nein, das war nochmal was anderes. Aber Sehnsuchtsmelodie, die war aber auch vorne dabei. Sehnsuchtsmelodie war in vielen Hitparaden früher. So war es. Ja, ja. Aber im Fernsehen leider nicht bei der Hitparade. Und ich hatte ja auch ein Walter-Scholz-Orchester. Und da hat mein Manager gesagt, komm, wir machen das Walter-Scholz-Orchester. Es wäre vielleicht besser gewesen, wenn ich Trompete geblasen hätte. Weil da kennen mich die Leute natürlich. Und man muss das nicht so tragisch nehmen. Der Franz Lange, der größte Jodler aller Zeiten, hat immer zu mir gesagt, Walter, wichtig ist dabei gewesen zu sein. So muss man die Sache sehen. Genau. Also, ich weiß ja noch, wie es angefangen hat. Rolf Schneebegel damals, dein Haus- und Hoforchester sozusagen, der auf dich aufmerksam geworden ist. Du warst damals beim Südwestfunk, im Orchester. Ja, ich war der Jüngste im Sinfonieorchester des Südwestfunks. Ich war 120 Musiker, war damals 24 Jahre alt, 1962 lernte, innerhalb von ein paar Tagen Rolf Schneebegel kennen. Weil unser berühmtes Tanzorchester, Kurt Edelang, vom Südwestfunk, war ja ein paar Häuser weiter, stationiert. Und er kam rüber und fragte mich, ob ich nicht bei ihm als Trompeter einsteigen möchte. Weil die Tanzmusiker, die können zwar enorm hochblasen, aber die Zungentechnik, die ich habe, die hat kaum einer von diesen Leuten, von diesen Kollegen. Und dann ging das alles ganz schön. Wir haben Schallplattenverträge gekriegt und es ging also über Nacht los. Und wie gesagt, vor allen Dingen Rolf Schneebegel war für mich mehr als ein Sechser im Lotto. Denn für mich heute noch der größte Arrangeur in Europa. Und das bestätigt auch andere Profimusiker, wie Roland Kohler, der Chef der Neuen Böhmischen Blasmusik. Für ihn hat er ja auch sehr viel geschrieben. Das ist einmalig gewesen, dieser Mann. Das kann man auch nicht lernen. Und so kam es dann natürlich auch zum Namen, die Teufelszunge. Ja, ich habe mich spezialisiert auf die schwere Zungentechnik, auf die Virtuosität. Und ich war ja viel in Amerika. Ich war schon vor über 50 Jahren als Solist in Süd- und Nordamerika. Und da habe ich natürlich nur Granaten gespielt, verstehst du? Silberfäden, alte Dessau, von Nicoli, von Nicola. Teufelszungen natürlich unzählige Mal, hunderte Mal. Und die Presse hat mich dann schon so getauft, der Trompeter mit der Teufelszunge aus Deutschland, aus Germany. Sehr gut, sehr gut. Ne, dann sind wir mal gespannt, wenn das neue Album kommt. Da machen wir dann auf alle Fälle nochmal eine Fortsetzung. Für dich jetzt erstmal herzlichen Dank fürs kurze Gespräch. Und vor allen Dingen für dein Statement, was den Sieger angeht. Dir alles, alles Gute weiterhin. Ich denke mal, man darf schon mal so langsam, aber sicher schon mal schöne Weihnachtszeit wünschen. Das haben wir auch bald. Ich weiß nicht, ob wir uns vorher nochmal sehen. Ansonsten, wie gesagt, fürs neue Jahr dann schon wieder alles Gute für die Zukunft. Ich danke dir auch sehr herzlich für das Interview. Dir alles Gute für die Zukunft und dass wir beide, alle Menschen gesund bleiben. Das ist das Wichtigste. Alles andere kann man vergessen. So ist es ganz genau. Dir alles Gute und unseren Zuschauern sagen wir herzlichen Dank und bis bald. Alles Gute. Ciao, ciao. Ciao.